Tachiyyati lakum jamiyan, makon khaled buzan, fii suele jdeed mes altfaxe jensi el almani au testtas leben in deutschland. Ist suele raka mit jenuhum saustin lyum, suele sahel kamen jeddan u mufradatu kella sarnam narfa. Wohin muss man in deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte? A. Zum Einwohnermeldeamt B. Zum Ordnungsamt C. Zur Agentur für Arbeit A. Zum Ständersamt Wohin illa aina muss man in deutschland, in allemanya zuerst gehen, an jazhab. Ida aina jazhab an jazhab ammer aula? Iza scho bde amal? Wenn, isa, wenn man heiraten möchte. Iza arad ammer oder schachs an jetzeوج. Fahl heiraten, jetzeوج. IXTUBE zum Einwohnemehlderamt. Einwohnemehlderamt, das Sk pins bedeutet, es war für die differentiale die Realität in der Gegend. Das ist natürlich das Richtige, über die differentiate von Unabhängigkeit. Nummer第二 ist zum Ordnungsamt. Die Ordnungsamt war für die Auswirkung der nacionalität. Es gibt auch die Standort für den ordentlicht. dieses Richtige auch mit der Identifizierung. Nummer third ist die Vorarbeitung. Mektب العمل und das ist die Arbeit, das ist die Arbeit. Das ist die Arbeit. Und die 4. Ständis Amt ist die Ständis Amt. Ständis Amt ist die Däuerung der Ähauwalen Schahsäden. Das ist die Hauptsache. Die sind die Hauptsache, die man über die Unterkunft zu kommen. Die haben die Unterkunfts gemacht. Die Unterkunfts-Krise ist die Unterkunfts-Krise. Das ist die Antwort. Also ist das eine sehr einfach und sehr einfach. Das ist die Abwürdigste Frage. Die Hauptsache die die Verkunfts-Krise ist hier. Das war's für heute. Ich wünsche dir, dass die Ausgabe der Ausgabe der Ausgabe der Ausgabe ist. Ich wünsche dir die Ausgabe der Ausgabe. Ich wünsche euch allen die Ausgabe für die Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.